Musik Posing vor Europas größtem Sportwetten-Shop in der Martin-Luther-Straße 18. Am Abend lächeln die Girls am roten Teppich und vor den Smarts, mit denen sie zuvor in der City auf Promotour waren, für den modernen Flagship-Store, der auf insgesamt 600 Quadratmeter neue Maßstäbe setzen will. Wir wollen es offener, transparenter, ehrlicher gestalten. Wir wollen ein hohes Kundenzufriedenheitsniveau auf der einen Seite haben, wie auch auf der anderen Seite ein hohes, man nennt das ja Compliance-Niveau, also dass wir den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Der Sportwetten-Shop ist eine Mischung aus Sportcafé und Wettbüro. Das gehobene Ambiente zeigt sich in den Details. Es gibt insgesamt 60 Parkplätze, 200 Sitzplätze, eine Raucherlounge und einen großzügigen Barbereich, an dem Kaffee und Softdrinks ausgeschenkt werden. Zudem machen modernste Video- und Soundsysteme Sport-Events zu echten Erlebnissen. Also da wir mehrere Screens haben, mehrere Launch-Bereiche, könnte man bei uns heute bis zu sechs verschiedenen Veranstaltungen, sechs verschieden sprachig verfolgen. Wettmeister legt großen Wert darauf, alle staatlich geforderten Standards in den Bereichen wirtschaftliche Zuverlässigkeit, Sicherheit des Zahlungsverkehrs, der IT-Systeme und des Verbraucherschutzes zu erfüllen. Seine Wetttipps kann man klassisch per Wettschein, aber auch am Automaten oder Monitor per Chipkarte abgeben. Genau, dafür gibt es unsere Wettmeister-Kundenkarte, mit der können Sie bargainlos wetten, egal ob bei uns in der Filiale, online oder an den Automaten. Die muss man dann aber selber vorher bestücken, wie so eine Prepaid-Karte wahrscheinlich, oder? So in der Richtung. Sie können bei uns einzahlen. Wenn Sie gewinnen, wird das automatisch wieder auf Ihre Karte gebucht. Sie können da auch dann Geld abheben. Sie brauchen nur Ihren persönlichen Bind, den Sie dann überall nutzen können. Bei Fragen helfen die rund 15 Mitarbeiter natürlich auch gern weiter. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg und Berlin will weitere Shops dieser Art in ganz Deutschland eröffnen. Mit Fairness und Transparenz den Sportwettenbetrieb aus der Schmuddelecke holen. Das ist das Ziel.